Lifehacks, Folge Nummer 9. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer. Hey Leute, was geht? Hier ist Berlin, hier ist Lifehacks und hier ist endlich auch der Sommer. Es wird gerade wieder richtig warm in Deutschland. Genau, pünktlich zur DNxGlobal, die in anderthalb Wochen stattfindet. Das heißt, wir sind gerade in der heißen Vorbereitungsphase. Nichtsdestotrotz habe ich mich mega gefreut, dass Katja sich die Zeit genommen hat, mit mir über eine Stunde auf Lifehacks zu quatschen. Katja ist die Gründerin von IdeaCamp. Das IdeaCamp macht Workshops und betreibt einen Coworking-Space in Berlin-Kreuzberg, direkt am Moritzplatz in der Nähe von Bitterhaus. Und der Coworking-Space war auch unsere erste Anlaufstelle, nachdem Feli und ich aus Asien zurückgekommen sind, wo unser ganzer digitaler Nomaden-Lifestyle gestartet ist. Und den Leuten vom IdeaCamp und speziell auch den Coworkern im Creative Loft, so heißt der Coworking-Space, haben wir sehr viel zu verdanken. Die haben uns auf das richtige Mindset gebracht. Die haben uns gezeigt und vorgelebt, wie man ein Unternehmen oder ein Business bootstrappt und nach dem Lean-Startup-Ansatz, das heißt mit wenig finanziellem Aufwand, möglichst schnell hochzieht und an den Markt geht, um erstes Feedback von den Teilnehmern zu bekommen. Und genauso sind wir auch heute noch unterwegs, wenn wir neue Projekte starten. Also freut euch auf diese Folge. Es gibt viele Insights, es gibt einen Deep Dive in das ganze Thema Business und Unternehmensgründung. Viel Spaß mit Katja. Ja, Herr Katja, cool, dass du am Start bist. Ja, danke Markus. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wo bist du gerade? Aktuell bin ich in einer Kleinstadt in Bayern, in Neumarkt, in der Nähe von Nürnberg. Also ganz unaufregend eigentlich. Ganz unspektakulär. Kannst dich aber wahrscheinlich da ganz gut konzentrieren und kreativ werden? Super gut. Also wir haben hier ein Wohnbüro. Es ist auch gerade tatsächlich mein neuer Wohnort. Also ich bin jetzt noch einmal im Monat für eine Woche oder so in Berlin, um da einfach Gespräche zu führen, zu Netzwerken, Inspirationen zu kriegen. Aber sonst ist es hier super, weil du hier echt Ruhe hast und fühlen uns ja gerade wirkungsweise super wohl und können hier richtig produktiv und gut arbeiten. Ja, und wir heißt jetzt, wer genau? Mit wem arbeitest du? Bernhard, mein Lebenspartner und Geschäftspartner und ich. Also wir haben uns jetzt hier entschieden, mal nicht im Ausland rumzuhoppen für den Sommer, sondern mal hier zu sein. Und es tut gerade sehr gut. Cool, das klingt echt gut. Und ich kann das total nachvollziehen, weil Feli und ich auch immer am liebsten, wenn wir unterwegs sind, in so ganz kleinen abgeschiedenen Fischerorten sind. Ja, absolut. Am besten vielleicht nur noch eine Saftbar gibt, einen Supermarkt und ein Restaurant, wo man dann kaum noch Headspace verbraucht, um Entscheidungen zu treffen und sich dann voll auf seine Business-Sachen konzentrieren kann. Ja, es ist immer wieder toll. Also ich liebe es zwischendurch ganz bewusst, auch Tage wirklich nur mit Gesprächen zu füllen. Also wirklich so klasse, wirklich Tage als Inspirationstage auch zu nehmen oder mal eine ganze Woche und nur Input zu sammeln und dann aber wieder mich zurückzuziehen. Das war die letzten zwei, drei Jahre schon so. Und das tut unglaublich gut. Und wie oft bist du noch in Berlin? Momentan so eine Woche jeden Monat. Also so alle vier bis sechs Wochen bin ich in Berlin und dann meistens so für ungefähr eine Woche, um auch ausreichend Zeit zu haben, um einfach Treffen zu haben, auf ein paar Meetups zu gehen. Oder jetzt für die DNxGlobal, die jetzt veranstalten, ich auch wieder da und bleibe dann auch gleich ein paar Tage länger. Okay. Das heißt, du triffst dich dann auch mit den Gründern vom Ideacamp, weil du bist ja eine der Mitgründerinnen. Vielleicht erzählst du mal kurz was vom Ideacamp und wie das alles gekommen ist. Ja, genau. Also das Ideacamp ist vor vier Jahren entstanden. Da haben wir uns irgendwann mal gedacht, es gibt gar keine Stelle, wo man so richtig praktisches Gründen lernt. Und damals waren wir noch in, haben wir noch neben, also da habe ich nebenher noch in Mannheim so ein Masterstudium gemacht und habe da meine Mitgründer kennengelernt. Und wir haben, wir wurden zum Businessplan Schreiben erzogen und am besten noch einen Investor suchen und haben gedacht, das kann es doch nicht sein. Das ist das Beste, wenn man einfach klein und schnell startet und schnell Feedback vom Markt bekommt, anstatt lange zu warten. Damals natürlich inspiriert auch von Büchern wie For All Work Week oder auch Kopfscheck Capital. Und haben einfach nach Formaten gesucht, keine gefunden und haben dann beschlossen, hey, lass das doch selber machen. Lass einfach einen Workshop ausrufen für Leute, die auch am Start sind, die gerne ihre Idee umsetzen wollen. Und haben dann das, was wir damals schon gelernt hatten durch ein paar Fails, die einfach, wenn man anfängt, immer passieren. Klar, wenn man auch gut sind, dass sie passieren. Haben einfach das, was sie gelernt haben, zusammengefasst und weitergegeben. Und das gibt es immer noch, entwickelt sich immer noch weiter. Und so kam das Idea Camp in Berlin zustande. Ja, und du sagst gerade bei euch in der Lehre, in Mannheim war das, ne? Ja, genau, richtig. Da wurde jetzt in der Theorie oder meintest du jetzt vielleicht, dass man das nicht tiefer warnt hat? Oder wurde da gar nicht über den Aspekt des Bootstrappings oder des Lean Startup Approach gesprochen oder gelehrt oder Infos übergeben? Also die Story eigentlich folgende, ich bin witzigerweise über die Uni zum Gründen gekommen. Also ich habe in der Uni über einen Kurs, der Entrepreneurship heißt, habe ich damals zum Beispiel Kalle kennengelernt. Das heißt, wir werden alle mal irgendwann an der Uni Mannheim. Und was du da lernst, ist eben, schreib einen Businessplan, pitch ihn, find Investor, starte. Ist völlig konträr zu dem, was wir uns damals parallel angelesen haben, zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben gemerkt, es bringt nichts, lange zu warten, lange irgendwelche Zahlen runterzuschreiben, die nicht validiert sind. Sondern das Beste ist, einfach klein und schnell zu starten. Und das war der Aspekt. Das heißt, in diesem Studium damals, das mich glücklicherweise auf das Thema Gründen gebracht hat, war aber die Art und Weise, wie es vermittelt wurde, nicht so, wie wir das uns gewünscht hätten. Also es war wirklich dieser klassische Weg, schreib diesen itaillierten Plan, find einen Investor. Das Thema Bootstrapping war damals, ich glaube, es hat sich mittlerweile auch verändert. Es war ja damals noch recht neu, so gerade im deutschsprachigen Raum. Das kam alles so nach und nach erst auch in die Literatur, in die Blogosphäre und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch kein Thema Bootstrapping. Das Wort kannte damals auch keiner an der Uni. Und dementsprechend haben wir eben gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Team da draus. Und machen eben, das war damals auch ganz klar ausgerichtet, Non-Profit einfach nebenher Workshops, um eine Plattform zu schaffen, damit Gründer zusammenkommen können und ihre Ideen im schnellen Zyklus und ganz praxisorientiert ohne Kosten, nämlich indem man Marketing-Tools, die auch kostenfrei zur Verfügung sind, Website-Tools, die nichts kosten, einfach nutzt, was da ist und schnell rausgeht. Und so kam es eigentlich. Und das genau ist das Prinzip von Bootstrapping, nur nochmal erklärt, dass man eben nicht nach Fremdkapital sucht und irgendwie sehr kompliziert Business-Pläne schreibt und konzipiert und vielleicht auch schon viel Zeit und Aufwand und Energie und vor allen Dingen auch Kohle in Prototypen steckt, die noch gar nicht am Markt getestet werden können. Genau. Also letztendlich ist dieses, aus eigenen Ressourcen die Idee umsetzen und auch wachsen. Das heißt, sich in keine Abhängigkeiten bringen. Und das passt halt auch sehr gut, auch so mit diesen Grundwerten, die wir alle haben. Nämlich Grundwert Nummer eins, Freiheit. Behalte einfach die Hoheit auch über deine Idee. Ich will auch in keinem Projekt einen Investor drin haben, weil ich einfach, ich bin da fest überzeugt, es gibt ein paar Projekte, da macht Fremdkapital an irgendeiner Stelle Sinn, aber es kriegt auch kein Projekt Fremdkapital, was nicht funktioniert, also wo du nicht Umsätze machen kannst und Kunden überzeugst. Und ich glaube einfach, dass es immer gut ist, solange es geht, unabhängig und selbstständig zu bleiben, ohne fremde Einflüsse, ohne Fremdkapital und einfach aus eigenen Ressourcen nachhaltig zu wachsen. Ja, also Feli und ich leben das Prinzip ja auch zu 100 Prozent. Und ich muss dazu sagen, ohne euch oder ohne die Leute, die Jungs und die Mädels, also du und deine Mitgründer vom Idea Camp, wir haben ja, glaube ich, nie so früh und so schnell in die richtige Gasse abgebogen, weil gerade ich auch noch sehr verkopft unterwegs gewesen bin, als ich mich selbstständig gemacht habe nach jahrelanger Prägung durch die Corporate-Welt und insbesondere die Berliner Start-Up-Welt, wo halt fett abgefeiert wird, wenn du wieder eine riesen Finanzierungsrunde einfährst und die Bewertung irgendwie nochmal durch die Decke schießt, was aber mehr oder weniger als gepinnt ist oder gefaked ist, damit du dann irgendwie noch mehr Geld einsammeln kannst, um noch mehr Geld zu verbrennen. Und ich sage jetzt nicht, dass es grundsätzlich irgendwie schlecht ist, aber es gibt halt viele Start-Ups, die es nur nach diesem Prinzip machen und im Grunde viel heiße Luft produzieren und viel Marketing-Zeiten produzieren, um dann irgendwann einen Exit zu machen und einen Trümmerhaufen zu hinterlassen für die Leute, die es dann gekauft haben, irgendwie mit guter Absicht. Ja, die Fälle gibt es leider. Es gibt auch Fälle, da kann das helfen. Man sagt, man ist in so einer Wachstumsgrenze. Aber ich glaube einfach, jeder, der sich mit seinen Unternehmensgründungen nicht nur sagt, ich will damit jetzt ein großes Business aufbauen, sondern ich weiß, warum ich das mache. Das ist ein Thema, das mich begeistert. Und ich will hier was Nachhaltiges schaffen und ich will mir damit vor allem Freiheit erschaffen. Dann ist Bootstripping der richtige Weg und auch der einzige Weg aus meiner Sicht, den man auch wirklich kontrollieren kann und wo man auch alle Fäden in der Hand hat. Ja, ja, absolut. Wir kamen ja dann frisch aus Asien nach Berlin zurück, mussten uns erstmal selber sortieren und mal kurz realisieren, was da überhaupt passiert ist. Also wir waren auch irgendwie so unter dem Einfluss und geflasht, so ey, cool, wir sind jetzt wirklich selbstständig und wir haben jetzt gerade die Freiheit, das tun zu können, worauf wir gerade Bock haben. Wir können jetzt jeden Tag 100 Domains registrieren und 50 Projekte starten und 40 davon wieder einstampfen und wieder 20 neu am nächsten Tag starten. Mit dieser Freiheit muss man dann auch erstmal umzugehen werden. Aber weil wir das so sehr wollten, diesen Live-Star, waren wir auch entsprechend motiviert und haben dann, glaube ich, auch Gas gegeben wie die Irren. Wir haben uns ja genau in der Phase lang kennengelernt in Berlin. Genau. Und das Lustige ist auch, dass wir zuerst im Beta-Haus gewesen sind, weil wir das Beta-Haus natürlich dann kannten als größten Coworking-Space und haben uns das angeschaut, haben da so eine Rundführung gemacht und genau an dem Tag war auch die Conny Bysalski da im Beta-Haus und hat da immer geworkt oder war draußen, glaube ich, stand da rum und dann haben wir gesagt, das ist doch die Conny und haben natürlich dann auch von Conny schon gehört und gewesen, nachdem wir dann in diesen Live-Star da auch reingewachsen sind, in das ortsunabhängige Arbeiten, aber hatten mit ihr noch nie live gesprochen, haben sie dann halt angequatscht. Conny war direkt super nett und super offen und hat uns, glaube ich, am Tag danach gefragt, ob wir nicht auch Bock haben in Creative Loft. Ja, genau, stimmt ja. Das ist wirklich ganz enorm, wie viele Leute mittlerweile da durchgewandert sind und ich bin auch so happy. Eigentlich war es ja nie geplant als Coworking-Space. Wir wollten ja vor zweieinhalb Jahren erst mal nur ein kleines Büro fürs Idea-Camp haben, wo wir Workshops machen können, wo wir unser ganzes Material mal lagern können. Dann war zum Glück der Raum so groß, den wir gefunden haben, sodass dann so tolle Leute einfach da zusammenkommen konnten und es ist so schön, das ist auch wieder die Sache. Ich meine, wir sind zwar alle digitalen Nomaden, aber trotzdem brauchen wir dann wieder so Orte, die uns zusammenbringen, wo wir uns gegenseitig inspirieren können. Und ich bin happy, dass so viele Leute durch diesen Ort irgendwie mal da waren und dann wieder sich gegenseitig einfach beeinflusst haben. Ja, genau. Und man kann ja auch nur weiter wachsen, wenn man wieder Leute hat, die man sich zum Vorbild nehmen kann oder die nochmal neue Einflüsse auf dich nehmen können und nochmal neue Aspekte in dein Leben bringen, gerade den Business-Aspekt. Und ja, da wurden wir total von euch inspiriert und auch angefixt, diesen Bootstrapping-Ansatz dann aber auch 100% zu gehen und zu verfolgen und sich nicht irgendwie im kleinen Detail zu verlieren, wo wir da gerade dann unterwegs waren und haben, glaube ich, uns sogar einmal mit einem Juristen getroffen, um irgendwelche AGBs aufsetzen zu lassen für ein Produkt, was es noch gar nicht gab, wo wir noch gar keine Preise hatten. Aber Hauptsache erstmal Visitenkarten haben wir uns dann auch erstmal ganz wichtig drucken lassen und ja, wollten dann viel Geld für irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeben, die im Zweifel dann irgendwie keinen Wert haben und waren also nicht ganz so cool unterwegs, wie wir jetzt eigentlich unterwegs sind, wo wir sagen, ey, das fühlt sich gut an, wir starten jetzt einfach mal und um den Rest kümmern wir uns dann, wenn es aufpoppt oder wenn es dann halt so heiß ist, dass man sich darum kümmern sollte. Ja, aber ich glaube, diesen Fehler macht jeder am Anfang. Ich meine, man hat dann Glück, wenn man ganz viele Beispiele kennt, die einen warnen, aber irgendwo tappt man trotzdem rein. Also wir haben vor, wann war das, vor dreieinhalb Jahren, habe ich auch mal, mit dem Falle und zusammen eine GmbH gegründet, die wir dann rediquidiert haben. Das macht keinen Spaß, deshalb würde ich jedem empfehlen, erst irgendwas, eine Gesellschaft zu gründen, wenn wirklich klar ist, das Ding funktioniert und es braucht auch eine Gesellschaft. Also es gibt so ein paar Fehler, die muss man einfach nicht nochmal machen, aber es ist einfach wichtig, dass man darüber erzählt, dass möglichst viele Menschen davor bewahrt bleiben und den direkten Weg gehen können. Ja, bei mir war es, glaube ich, auch ganz klar noch so eine Mindset-Geschichte. Ja, ja, klar. Weil ich in der Corporate-Welt so lange dann unterwegs war, wo es dann auch viel darum ging, so was für eine Position hast du, wie viele Headcounts hast du unter dir, wie viel, was ist dein Salary, was für eine Karriere hat er, in welchen Companies hat er gearbeitet. War natürlich dann irgendwie auch der Jobtitel immer enorm wichtig, was heutzutage für mich totaler Quatsch ist. Aber damals war es für mich echt enorm wichtig, Visitenkarten drücken zu können, wo irgendein CEO oder Fauna oder was weiß ich drauf stand. Und heutzutage habe ich gar keine Visitenkarten mehr. Bei MyDirCam haben wir witzigerweise auch niemals Visitenkarten drucken lassen. Also ich habe bis heute noch keine. Für alle weiteren Projekte habe ich mir welche gemacht, weil es einfach was einfacher ist auf Events, wenn du irgendwie Leute kennenlernst, weil ich mich an irgendwann gegen Usus, dass mein Visitenkartenaustausch mich gebeugt habe. Aber beim IdeaCam nach wie vor gibt es gar keine. Also da hat sich die Tradition gehalten. Ja, also es ist bei uns auch so, wenn wir auf Business-Events sind, dann können wir mal, bist du auf Facebook oder auf LinkedIn, spätestens da wird da jeder unterwegs sein und dann kann man sich auch so finden, weil die Visitenkarten produzieren im Grunde ja dann auch nur irgendwie Müll, den man entsorgen muss. Klar. Irgendwann. Wie war das denn, als ihr viel gegründet habt? Habt ihr eine GbR gegründet als IdeaCam oder war das die GmbH, die ihr dann liquidiert habt? Wir haben, nee, also wir haben als IdeaCam eine UG gegründet. Ja. Hätten es eigentlich nicht gebraucht. Also wenn man ehrlich ist, das IdeaCam hätte auch einfach eine GbR sein können. Aber zu dem Zeitpunkt damals haben wir irgendwie gedacht, das wäre sinnvoll. Also das hat, also wir haben, die GmbH war nochmal ein ganz anderes Projekt. Das war davor, wurde das gegründet. Also das hat, nee, das ist dann schon über vier Jahre her, tatsächlich. Das war ein, da wollten wir mal ein E-Learning-Portal machen. Also war völliger Quatsch, weil wir hatten eigentlich ein riesiges Konzept und PowerPoint schlachten und haben dann gedacht, wir brauchen erstmal eine GmbH, bevor wir jetzt das Produkt launchen können und haben sogar Leute, da müssen wir mal überlegen, NDAs unterzeichnen lassen, also Geheimhaltungserklärungen, um mit denen das Projekt durchzusprechen, Feedback zu bekommen. Also völliger Mist. Aber da muss man durch und als dann das Ideal-Camp entstanden ist, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch wieder dieses andere Ungetüm, der liquidiert, weil wir dann irgendwie gemerkt haben, das macht gar keinen Sinn, so vorzugehen. Ab jetzt machen wir nur noch schnelle Tests, wenn man mit dir eine Idee diskutiert, am besten mit so vielen Leuten wie möglich und nicht erst irgendwie eine Geheimhaltungserklärung. Völliger Quatsch. Genau. Und das war aber damals eine UG. Hätte aber auch eine GbR sein können. Ist das aber auch nicht schlimm, dass es eine UG ist. Völlig neutral. Ja, also UG finde ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Ich bin ja auch als Einzelunternehmer gestartet, als ich auch schon nebenbei, neben meinem Corporate-Job, so die ersten Side-Projects gemacht habe als Freelancer. Da muss man sagen, das ist eigentlich eine ganz coole Sache mal in Deutschland für die Unternehmer, dass man ziemlich fix starten kann als Einzelunternehmer und sich ja dann auch von der Umsatzsteuer als kleiner Unternehmer befreien lassen kann. Um dann irgendwann eine UG zu gründen, die VSM-UG, und da habe ich dann, ich glaube, 500 Euro reingelegt als kleine Kapitalgesellschaft, um das noch besser trennen zu können. Ja, das war bei uns damals auch so. Wir haben gemeinsam 500 Euro eingelegt. Das war ein recht schneller Prozess. Die Buchhaltung ist aufwendiger. Also wer heute irgendwie startet, dem würde ich wirklich empfehlen, sich genau zu überlegen, brauche ich eine UG. Weil was halt wirklich teurer und aufwendiger ist, ist die ganze Buchhaltung. Das muss man sich wirklich überlegen. Also da würde ich echt drüber nachdenken. Okay, sind es wirklich Produkthaftungsthemen? Habe ich da eine relevante Haftung, die ich abfedern will von mir persönlich? Oder gibt es irgendwie ein persönliches Vermögen, was ich da schützen muss? Wir haben damals einfach die UG gegründet, weil es nahe lag, letztendlich. Und als ihr gegründet habt, wart ihr vier Gründer? Damals fünf. Wir waren fünf am Anfang. Einer ist dann irgendwann raus, weil er sich entschieden hat, nochmal in größeren Unternehmen einfach Erfahrungen zu sammeln, weil er damals im Zeitpunkt noch nicht irgendwo in der Corporate-Welt unterwegs war. Und dann waren wir noch zu viert und haben das dann, wie gesagt, die letzten Jahre dann gemeinsam fortgeführt. Aber auch so, das Leben ändert sich. Einer von uns ist mittlerweile Papa geworden. Das heißt, gerade bin ich so diejenige, die das Idea Camp weiterführt. Ja. Weil einfach sich so auch die Prioritäten einfach verschieden von jedem. Klar. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre? Vier Jahre. Vier Jahre? Etwas über vier Jahre, genau. Das ist ja genau in der Welt und in der Szene ist es ja schon wie viele Dekarben. Das ist schon eine halbe Ewigkeit. Worauf ich hinaus will, ist, das generiert auch bestimmt ganz besondere Herausforderungen und Challenges, wenn man zu viert an einer Idee arbeitet und vier verschiedene Menschen haben wahrscheinlich auch vier verschiedene Vorstellungen, in welche Richtung dann das Unternehmen gehen soll, in welche Richtung die Workshops gehen sollen. Wart ihr da alle gleichberechtigt erst mal von den Chairs und wie habt ihr das gemacht, wenn ein paar Situationen entstanden sind, wie habt ihr das überhaupt mit dem Income gemacht, wie wurde das aufgeteilt? Habt ihr da irgendwelche coolen Modelle oder Empfehlungen? Ja, also generell denke ich mal, was ganz wichtig ist, wir waren sehr gut befreundet, bevor wir gegründet haben. Also ich würde immer empfehlen, wenn man jemanden gründet, man muss die Menschen sehr gut kennen. Das ist erst mal wichtig, dass die Grundphilosophie die gleiche ist. Das Ideacamp würde ich jetzt auch, weil es nicht mit einem normalen Unternehmen, was auf Profit arbeitet, vergleichen. Also wir haben es wirklich die letzten Jahre, wie ist es gelaufen? Wir haben uns am Anfang vorgenommen, dass wir, dass sich das Ding erhalten soll, also dass die Gesellschaft sich selbst erhalten können soll. Aber es war nie als eine richtige For-Profit, auch wenn es eine UG ist und kein Non-Profit, nicht als Non-Profit ausgewiesen ist, war trotzdem nie das Ziel, als wir angefangen haben, das so groß zu machen, dass wir davon leben können. Also wir hatten immer die Philosophie, wir ernähren uns aus anderen Einkommensquellen, aus unseren eigenen Unternehmen und geben das, dass wir lernen, weiter. Weil wir eben von Anfang an gesagt haben, wir werden nicht eine von diesen Firmen oder diesen Coaches, die sagen, ich bringe dir bei, wie du dein Business gründest und verdiene damit mein Geld. Das war immer ausgeschlossen für uns. Deshalb war es immer wichtig, dass das Idea Camp war auch immer, das hat ein nebenher Projekt. Das heißt, es war nie ein Vollzeitding. Und dementsprechend haben wir es so betrieben die letzten Jahre, als wir gesagt haben, wir machen gemeinsame Projekte. Es gab dann zum Beispiel anfangs ein Workshop-Format, das wir gemeinsam entwickelt haben. Dann irgendwann haben wir gesagt, wir machen das ein großes Event. Dann waren es irgendwie mal 80 bis 100 Leute, die dann bei unseren Events waren und haben wirklich als Team gemeinsam die Aufgaben verteilt und dann gestemmt. Da gab es vielleicht mal irgendwo auch mal Diskussionen oder der eine hat mal in eine andere Richtung gehen wollen, aber es war immer demokratisch. Also wir haben, wenn unterschiedliche Meinungen waren, es immer sehr demokratisch entschieden. Und mit dem Thema, wenn was übrig war, also wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt ein großes Event, was sehr viel Zeit natürlich in Anspruch genommen hat, dann haben wir uns auch einen kleinen Teil ausgeschüttet. Also so ist es nicht. Also wir haben schon eine Art kleine Aufwandsentschädigung. Aber wir haben das sehr ungewöhnlich für andere Firmen. Wir haben uns danach zusammengesetzt und ungefähr zehn Minuten bis Viertelstunde einfach darüber gesprochen, wer hat welchen Teil verdient und haben dann gesagt, ja, was denkst du so, wer hat welchen Teil an Mehrwert beigetragen und da hat es nie Schreit gegeben. Es war halt nie das Ding, was uns ernähren musste und es war immer mehr so eine Art, wie so ein bisschen Coaching gehalten, was dann vielleicht noch hinten runterfiel und dementsprechend haben wir da immer eine gute Einigung gefunden. Und mittlerweile ist es so, dass wir, also wir haben jetzt im Team immer, wie sage ich mal, die Verantwortung auch so ein bisschen verteilt. Also wir hatten, es war die letzten zwei Jahre ungefähr, war immer einer so ein bisschen der, hat so ein bisschen den Lied übernommen für das Projekt. Gerade weil es so ein Nebenherprojekt war, dass einer so den Gesamtüberblick hat. Und die letzten Monate war es mein anderer Teamkollege, der Kalle, der ist als Papa geworden. und jetzt habe ich das übernommen und aktuell ist es auch so, dass die anderen, bei meinen drei Mitgründern, es hat sich gerade so ein bisschen die Priorität verschoben. Das heißt, die sind jetzt auch einfach in anderen Projekten gerade unterwegs und haben alle gesagt, naja, eigentlich haben sie nicht mehr wirklich Zeit dafür. Und das war so die Frage, was machen wir damit? Und das haben wir halt gemeinsam als Team entschieden, dass die drei sozusagen als Coaches mit dabei bleiben, aber nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung von der UG sind. Ich habe das jetzt praktisch, oder ich übernehme das jetzt gerade, das Ganze, die Firma und weil ich einfach unglaublich viel Lust habe und auch gerade wieder richtig viele neue Ideen, wohin sich das weiterentwickeln kann. Und so entwickelt sich halt irgendwie das Unternehmen mit den Kunden, auch mit uns weiter. Also es gerade haben die anderen drei sozusagen andere Prioritäten, was die Felder, wo sie Business machen angeht oder auch privat einfach. Und bei mir passt es gerade super, deshalb habe ich mir das sozusagen vorgenommen, da viel Zeit noch reinzustecken. Perfekt. Ja, cool, dass es nicht stirbt oder irgendwie untergeht, weil wir beide haben, Feli und ich, in diesem Idea Camp Team mega viel zu verdanken und wir werden, glaube ich, immer, immer wieder uns zurückerinnern, so wie war das noch damals, wenn wir 2013 zurückgekommen sind aus Asien und irgendwie noch keinen Plan hatten, aber unbedingt wollten und wir werden uns dann in die Spur gewachen, wir werden uns inspiriert und Hammer, wirklich. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ja, vielen Dank, dass du es erzählt hast. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es für euch so eine, auch so eine, vielleicht eine wichtige Richtung war, in die das ging. Das freut mich total und ich bin auch einfach mega, ich bin so stolz auf euch, was ihr so auf die Beine stellt. Ich finde es so schön zu sehen, was ihr da für eine große Community kreiert und einfach cool, wenn wir da so einen kleinen Impact am Anfang hatten, was ihr vielleicht nicht beim nächsten Anwalt saß im AGBs machen zu lassen, sondern den Alkohol hinweggegangen seid. Das ist für mich cool. Ja, ja, genau. Das wart ihr dann schulden, ihr habt das genau, genau richtig gemacht und wie du schon sagtest, es gab einfach nicht viel in Deutschland. Klar kannten wir dann auch die Bücher vor, Workweek, Kopfschick Kapital oder die Startup oder die 100 Dollar Startup von Chris Gebo und die ganze Literatur, aber es gab irgendwie kaum jemanden, der einem das so direkt dann vorgelebt hat und auf einmal kam er dann in das Creative Loft und dann saß da die Conny, die eben nicht unterwegs gewesen ist, dann warst du da, der Thomas, der Leute mega inspirieren kann und so viel Know-how auf diesem Gebiet hat und allein die paar Gespräche mit den Leuten, die man da geführt hat, ich glaube, in einem Gespräch, das eine Stunde gedauert hat, bin ich mehr gewachsen als ein halbes Jahr im Unternehmen, irgendwie in zigtausend Meetings und Masterminds, die am Ende dann die gebracht haben. Von daher, also, danke nochmal. Wie du schon sagtest, ist ja Idea Camp dann auch mehr so ein Leidenschaftsding gewesen und es kam aus dem Innersten bei euch heraus, um anderen zu helfen, aber das Geldverdienen habt ihr ja dann über andere Projekte gemacht, wie zum Beispiel der Thomas und Sebastian oder Bastian und Basti und Thomas dann mit Strandschicht oder du mit Sunny Office. Genau, richtig. Was genau ist Sunny Office und wie bist du auf die Idee gekommen? Sunny Office, die Idee kam, als ich vor, ich bin auch, ich war auch lange bei einem großen Konzern und bin dann in der Portrille ausgestiegen und dachte mir, jetzt habe ich kein Bock auf Winter, ich gehe erstmal in den Süden. Und dann war ich in Spanien, saß dann da alleine rum und dachte mir so, okay, alles nett hier, habe auch irgendwie es geschafft, eine gute In-Touch-Verbindung zu haben und mir fehlt hier gerade so die Gemeinschaft. Und dann kam die Idee mit Sunny Office zu sagen, Events für andere Freiberufler und Unternehmer aus ganz Europa, die sich für eine Zeit von zwei, drei Wochen an einem schönen Ort am Meer treffen und dort gemeinsam arbeiten, Netzwerken, Coworken. So entstand das. Und dann ist es vor ungefähr zwei Jahren gab es das erste Event. Wo war das? Und heute macht Sunny Office eben einerseits diese Events für Freiberufler, Unternehmer, Coworking, Cowliving in Südeuropa, in einer tollen Umgebung miteinander lernen und andererseits ist mir halt auch ein Anliegen, die Arbeitskultur in Unternehmen, die es natürlich schwerer haben als ein Einzelunternehmer oder jemand, der schon online arbeitet, auch zu verändern. Und deshalb wandle ich das Modell auch Richtung Unternehmen. Das heißt, ich biete auch Team-Retreats an und einfach die Möglichkeit für ein ganzes Unternehmen an der Abteilung so eine Sunny Office-Umgebung zu nutzen. Und es ist mir halt auch ein Anliegen, einfach denen zu helfen, ihre Arbeitskultur auch ein Stück weit flexibler zu machen, offener zu gestalten, einfach den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, die Flexibilität, die wir ganz selbstverständlich leben, auch in einem Company-Umfeld nach und nach mit zu integrieren. Klingt sinnvoll. Klingt auf jeden Fall super gut. Kannst du mal so einen Beispiel-Tag geben, wie das abläuft, ob das abläuft, wenn ich da jetzt Teilnehmer bin? Ja, also in der Regel stehst du morgens auf. Es gibt morgens oft schon eine Gruppe, die geht irgendwie am Strand laufen, da kann man sich anschließen, wenn man Frühaufsteher ist. Gegen 8, 9 trifft man sich gemeinsam zum Frühstücken. Da ist dann jemand vom Sunny Office-Team, der Frühstück vorbereitet und dann startet jeder so in seinen Tag. Das heißt, am Frühstück tauscht man sich schon mal aus, was sind heute die Tagesziele. Dann ist einfach der Tag ist produktiv. Oft gibt es dann mittags noch mal eine Gruppe, die sich für so ein bisschen Mittagssport zusammenfindet und noch mal ein bisschen Energie sammelt oder mal in den Frühlüpft. Und am Abend haben wir so einen Punkt, also zwei Punkte, die immer sehr wesentlich sind. Das eine ist, jeden Abend kocht jemand anderes für die Gruppe. Das ist einfach ein total schöner Prozess, wenn man sich sehr gut beim Kochen lernt, man sich gut kennen, einer kann immer was kreieren für alle. Und danach oder davor, je nachdem wie die Gruppe tickt, setzen wir uns dann zusammen und dann eine Stunde, anderthalb nehmen wir uns wirklich Zeit für ein bis zwei Leute aus der Gruppe. Das heißt, die Teilnehmer, du präsentierst dann, was ist dein aktuelles Projekt, wo hast du gerade ein Problem, wo hängst du gerade, wo möchtest du Feedback haben. Und dann denken alle gemeinsam für dieses eine Projekt mit, wir dokumentieren das. Cool, also so eine Art Hot Seat. Genau, richtig. Das heißt, das ganze Event geht darum, dass man sich Ziele steckt, sich gegenseitig hilft. Wir haben auch manche Sessions, wo einfach einer nur seine Learnings weitergibt oder die Leute in ein stundes Thema einarbeitet, wo das Experte ist. Also, ist ein Tag, abends dann einfach noch gemütlich zusammensitzen, Abend ausklingen lassen und dann irgendwie schlafen gehen. Und wie lange dauert in der Regel ein Sunny Office? Oder ist das stable, ist das permanent irgendwo oder ziehst du durch die Welt und machst überall an verschiedenen Orten Sunny Offices? Also, wir haben verschiedene Standorte. Wir haben ein paar, also Standorte, wo wir immer wieder hingehen, die haben sich einfach rauskristallisiert in den letzten, in den letzten Jahren. Wo wir immer wieder gerne hingehen, ist bei Barcelona, Andalusien, in der Nähe von Lissabon. Das sind so ein paar Lieblingsorte, die es entwickelt haben, auch auf den Kanaren. Und wir, das heißt, wir haben keine stationären Orte, sondern wir ziehen dann durch, sozusagen durch Südeuropa momentan. Und es gibt dann im Jahr fünf bis sieben Events, die dann an einzelnen Standorten sind und die dauern so zwischen zwei bis drei Wochen in der Regel. Cool. Klingt richtig gut. Wie ist das bei dir persönlich? Kannst du sagen, wie viele Stunden du in der Regel arbeitest am Tag und wie viele Stunden du nicht arbeitest oder sind die Grenzen da fließend? Die Grenzen, ich würde sagen, momentan habe ich mir eine ziemlich fixe Struktur gegeben, weil ich das gerade mag. Also es kommt wirklich darauf an, wo ich gerade bin. Ich würde sagen, in der Regel arbeite ich vielleicht sieben und acht Stunden pro Tag. Es kann auch mal mehr sein, auch weniger sein. Wir waren jetzt erst kürzlich zwei Monate in Spanien und da kam es natürlich auch ganz darauf an. Es gab dann Tage, da sind wir irgendwo umgezogen oder haben uns von einer Location in die andere gewandert sind oder haben erst mal die neuen Orte erkundet, wo wir dann waren und dann schrauben wir natürlich den Workcloud bewusst runter, um einfach Zeit für den Ort zu haben. Aktuell jetzt in der Phase hier in Bayern, hier kennen wir alles, hier sind auch trotzdem einige persönliche Treffen, aber die Arbeitszeit ist schon momentan sehr strukturiert. Also ich stehe morgens auf, bin dann so gegen neun oder so am Schreibtisch, indem ich ein bisschen Sport gemacht habe und dann schauen wir eben, dass wir auch nicht zu lange arbeiten, also einfach gucken, dass wir irgendwann auch Feierabend haben und das so eine Struktur geben, die für uns als für unseren persönlichen Rhythmus gut passt und wo wir gut produktiv sein können. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden, der selbstständig ist und gerade auch der anfängt, dass man eine gewisse Struktur in seinen Tag einbekommt, um produktiv zu sein. Und es hat auch wirklich lange gedauert. Ich glaube, jeder, der aus einem Job rausgeht und sich selbstständig macht, braucht erst mal eine Zeit lang, um rauszufinden, was ist eigentlich ein guter Ablauf für mich. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe viel experimentiert, also von morgens ganz früh fünf, sechs aufstehen, morgens Sport, in der Mittagspause Sport, zu Hause arbeiten, im Coworking arbeiten, mixen, mal Kaffee, mal zu Hause. Ich habe alles mögliche ausprobiert. Mittlerweile bin ich ein riesiger Homeoffice-Fan geworden, wenn ich einen guten Schreibtisch zu Hause habe und gerne mal zwischendurch Abwechslung, indem ich mal in den Kaffee gehe für eine Arbeit. Ich gehe zwischendurch immer wieder spazieren, ich gucke, dass ich regelmäßig draußen bin, über den Tag verteilt. Das hilft mir ganz enorm, aber das sind alles Dinge, die muss man so rausfinden für sich, was ein guter Rhythmus ist. Ja, hast du absolut recht. Genau das Thema hatten wir auch und hatte ich auch, dass ich viel experimentiert habe, was ist denn so das beste Setting für mich, wie kann ich am besten arbeiten und das sollte man auch nicht unterschätzen, aber auch nicht zu hoch hängen. Am Anfang, glaube ich, ist es wichtig, überhaupt mal was zu machen und loszulegen, wenn man selbstständig ist und zu schauen, wie fühlt sich das überhaupt an, so viel freie Zeit zu haben, vermeintlich freie Zeit und wie kann ich die dann auch gut nutzen, wenn man es ja eigentlich von dem alten Leben eher so kennt, dass wenn man mal freie Zeit hat, dann muss man ja entspannen, man muss chillen, man muss keine Ahnung Party machen gehen oder am Wochenende Fernsehen gucken den ganzen Tag und auf einmal bist du für dich selber verantwortlich, diesen Tag so zu strukturieren, dass am Ende auch was Brauchbares bei Rom kommt, weil du willst ja irgendwie dann auch einen Impact auf andere Menschen haben oder einfach nur Geld verdienen oder du musst auch irgendwie Geld verdienen irgendwann. Ja, also dieses Thema aber auch, also ich glaube eine der größten Herausforderungen, wenn man mal gemerkt hat, wie man produktiv ist, ist wieder zu lernen, wie man entspannt. Das Thema hatte ich so auch in den, also das, das die ersten zwei Jahre habe ich dann wirklich für mich einfach die Methoden gefunden oder die Abläufe, um zu wissen, okay, heute kriege ich alles in meinen Tag, was ich drin haben möchte und dann halt war es eine Riesenherausforderung, abschalten zu können. Das sind die nächsten Herausforderungen, die man hat und mittlerweile habe ich einfach, wie ich sage, wir machen feste, freie Tage, also einen Tag die Woche soll frei sein, das ist so eine Regel. Wir schaffen das nicht immer, aber das ist, da versuchen wir jetzt, dadurch, dass wir zu zweit auch als Partner auch viel zusammenarbeiten, das ist ja bei euch ähnlich, dass ihr auch gemeinsam arbeitet an den Dingen und da muss man noch ein bisschen streng mit sich sein, sie sagen, okay, heute ist frei, das müssen wir machen, damit es einfach nachhaltig alles ist und wir gut produktiv sein können. Ja, du und Bernie, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dann hängt man ja schon sehr viel aufeinander und zusammen, gerade auch, wenn man zusammen Business macht und irgendwann ist so ein Punkt, da kann man dann kurz, nicht mehr und will nicht mehr und geht in die Küche, will sich vielleicht irgendwas für Essen machen und der andere hat aber auch einmal gerade so eine mega geile Idee und denkt, das ist die Idee des Jahrtausends, die muss ich direkt loswerden und dem Markus erzählen und da prallen dann manchmal echt Welten aufeinander, das hat großes, großes Konfliktpotenzial und ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, momentan sind wir so weit, dass wir, Feli und ich koordinieren uns über die Wunderlist und haben dann für jedes Projekt nochmal so eine eigene Unterliste und dann gibt es auch noch eine Liste Jurofix und da kann man dann alles abladen, was man gerade so an Ideen hat, was man mit dem anderen besprechen möchte, dass man ihn dann auch nicht rausreißt in dem Modus, manchmal ist man richtig gut im Tunnel drin und schafft richtig viel weg und dann wäre es total scheiße, wenn der andere dich da wieder rausholt und deshalb schreiben wir da alles rein und versuchen dann oder machen das auch dann regelmäßig diese Jurofixes, wo wir dann einen Punkt nach dem anderen besprechen und das hilft total, wenn man diese Liste hat, mal kurz seine Idee irgendwo loswerden zu können, auch wenn es einfach erstmal nur digital in der Wunderliste ist und weitermachen zu können, ohne dem anderen dann auf den Sack gehen zu müssen. Ja, spannend, sehr institutionalisiert seid ihr da, echt cool. Bei uns ist es eher, wir haben auch so ein gemeinsames Projektmanagement-Tool, da laufen zwei Projekte rüber, aber da läuft nicht alles drüber, also das heißt, beispielsweise Sunny Office habe ich da drüber nicht laufen, das habe ich Präparat nochmal. Welches Projektmanagement-Tool? Das heißt Active Collapse, das ist kein, was man so kennt, das ist ein Tool, was man sich einmal einkauft und auf einem eigenen Server installiert. Das haben wir genutzt, weil wir das auch nutzen als Plattform oder als sozusagen Softwarelösung für Einzelprojekte, die wir gemeinsam machen. Oh, okay. Und das heißt, es hat so mehrere Funktionen, deshalb nutzen wir das. Das ist aber auch so eine ganz normale Cloud-Lösung, das heißt, du hast alles online, du kannst alles gemeinsam einsehen und Teams mitverwalten, das ist echt ein schönes Tool. Und was wir halt machen, ich glaube, die Momente, wo wir uns dann da austauschen, sind vor allem gemeinsam Spaziergänge. Also wir schauen, dass wir mittags oder abends gemeinsam rausgehen und eine Runde spazieren gehen und eine Runde laufen gehen. Und das sind dann die Momente, wo wir uns alles Mögliche, was im Pop noch so ist, austauschen. Okay, das heißt, du hast dich dann davor so gut im Griff, dass du da nicht rausplatzen musst und zum Bernie rennst, wenn dir morgens irgendwas cooles einfällt in dein Frühstück machen. Es kann mal passieren, aber es hat mich zu Konflikten geführt. Also ich glaube, das Jahr hat es ganz gut funktioniert. Aber wer weiß, ich brauche mir auch mal unsere Joffix in seinem Wissen und gemeinsam mit dem Fünf. Noch klappt es. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es gut, dass ihr da schon mal ein Tool gefunden habt. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr dann weitere Hilfe braucht, dann wendet euch gerne vertrauensvoll in uns. Wir haben da echt viel ausprobiert und viel gemacht mit To-Do-Listen und Überwunderliste und bauen ja jetzt gerade auch langsam ein virtuelles Team auf für unsere ganzen Projekte, weil wir es alleine nicht mehr schaffen. Und da nutzen wir dann gerne Trello, was auch richtig gut funktioniert. Ja, ist auch super toll. um hier zu bleiben. Und ja, zum Thema Morgenroutine oder Struktur überhaupt für den Tag habe ich auch super viel getestet und mittlerweile sieht mein Setting wirklich so aus, dass ich mit der Sonne aufstehe. Also immer Wake up with sunrise und hier in Berlin ist jetzt gerade fünf Uhr fünf. Hier dann den Wecker stellen. Mittlerweile muss ich den auch nicht mehr stellen, weil ich von selbst wach werde, wenn die Sonne aufgeht und das total genieße, wenn es um mich noch total still ist und noch nicht viel los ist und auch nicht viel passiert und ich dann ganz in Ruhe erstmal meine Seven-Minute-App machen kann. Das ist auch so eine Sport-App. Danach meditieren eine Viertelstunde, dann mein Frühstück mache und dann mit dem Most Important Task beziehungsweise davor mache ich dann noch das Five-Minute-Journal. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Genau. Einmal die Gedanken runterschreiben, ne? Ja, genau. Also super useful auch um einem positiven Mindset zu kommen. Dann wird dann abgefragt, wofür bist du dankbar oder was möchtest du heute gerne schaffen oder was würde den Tag zu einem richtig guten Tag machen, sodass man sich dann schon mal so ganz langsam damit beschäftigt, was passiert heute alles, um dann loszulegen. Also das ist im Moment so das Setting, was am besten funktioniert, aber das muss jetzt auch nicht in Stein gemeißelt sein noch für die Ewigkeit. Ja, ich glaube, das ist immer ein Fluss, ne? Also gerade habe ich auch viel mit Meditation. Sport ist gerade über den Tag verteilt. Das kommt immer drauf an, wie gerade die Agenda ist. Mache ich gerade so ein bisschen an Lust und Laune. Ich habe an der Zeit dann nicht jeden Morgen laufen gegangen. Das kommt immer so ein bisschen auch auf die Jahreszeit an, wo man gerade ist. Aber was wichtig ist für mich, diese Fokuszeit morgens. Aktuell habe ich so eine Meditation gefunden über eine gute Freundin, die, Charlotte, die kennst du ja auch, die hat jetzt einen Blog, genau, die hat jetzt einen Blog, in dem sie auch unter anderem das Thema Meditation aufgreifen. Er hat mir eine ganz tolle App empfohlen von Vishen Lakshani, das ist der Gründer vom Awesomeness Fest oder auch von Mindvalley Academy und er hat so eine schöne Meditation, die hat Six Phase Meditation. Da wirst du durch verschiedene Stufen durchgeleitet und da geht es auch unter anderem darum, was beinhaltet deinen Tag und wie muss der Tag aussehen, damit du deine Vision in drei Jahren erreichst. Und das ist immer eine schöne Verbindung zwischen wo will ich hin, was sportet mich wirklich an und was muss ich heute tun, was ist wirklich wichtig, damit ich genau dahin komme. Und das ist dann eine geführte App, die dir quasi dann Audi, also über die Stimme sagt, woran du jetzt denken oder so, was hat sich das passiert? Das ist eine geführte Meditation und du nimmst dir da so, es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten, die du brauchst. Die findet man auch unter anderem auf YouTube. Ich kann dir gerne einen Link schicken, dass du auch nachher drunter posten kannst. Genau, den verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, es ist eine geführte Meditation und dann wirst du durch so mehrere Phasen durchgeführt. Also von Dankbarkeit über unter anderem mal Dankbarkeit oder eine Vision schaffen und sich den perfekten Tag vorstellen, um dann eben wirklich fokussiert zu starten und die hilft ganz schön so als schöner Einstieg in den Tag auf ganz verschiedenen Ebenen. Und Sport machst du dann immer je nachdem, wo du gerade bist? Ich weiß ja, du bist mega sportlich. Also momentan, also derzeit ist es ab und zu mal auch Fitnessstudio, wenn es eher so Richtung Krafttraining geht und sonst ist es eigentlich liebting Sportlaufen gehen. Momentan ist tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich mir kürzlich eine fette Erkältung geholt habe. Da ist es immer so, es ist immer ärgermich und immer so, wenn man zwischendurch so rausgerissen wird. Gerade wenn man so voll im Flow ist, ne? Ja, aber trotzdem, also am liebsten einfach eine Runde laufen, aus der Haustür rauslaufen, dann noch ein bisschen Krafttraining zu Hause, das mache ich ehrlich gesagt, am allerliebsten Sachen, die schnell gehen, sich einfach in den Tag integrieren lassen und auch überall machbar sind, ne? Ja, und welche Form von Krafttraining hast du dann zu Hause? Ein bisschen einfach Crossfit, also einfach schauen, also wirklich ganz simpel, ne? Also Liegestütze, wenn ich Lust habe, ein paar Burpees, aber das wird seltener. Meine Philatrix-Zeiten sind echt seit ziemlich lang vorbei, ich bin echt, habe ich da echt, habe da echt abgebaut und sonst einfach so ein paar Muskelübungen kombiniert, und zwischendurch habe ich auch mal, diese Seven-Minute-App habe ich nicht ausprobiert, aber mit ein paar anderen Apps mal experimentiert, mit so ein paar Crossfit-Übungen. Ja, Philatrix geht ja auch in die Richtung. Ja, genau. Das ist wirklich hardcore, ne? Das ist krass. Also ich habe das eine Zeit lang richtig viel gemacht, so drei-, viermal die Woche mindestens, und dann habe ich aufgehört und habe dann ein halbes Jahr später eine ganz kleine Übung gemacht, fünf, sechs Minuten, und da wirklich gedacht, ich hätte mir irgendwie, also ich hätte mir die Sehnen überlastet, also ich hatte so noch nie so einen bösen Muskelkater, das ist richtig fies. Man muss dann wirklich aufpassen, dass man sich nicht überlastet, also es ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, da muss man sich sehr, sehr langsam rantasten. Ja, absolut. Also ich glaube, viele sind dann auch schnell demotiviert, weil die Ziele, die hängen da so hoch, oder die Trainingspläne und die Intensität, dass selbst ich dann dabei beantworte, ich dachte so, wow, ey, das geht mir fast schon zu schnell, ne? Ja, die Entwicklung ist sehr schnell, also wenn man mal damit anfängt, also es ist krass, wie schnell man sich dann in den einzelnen Übungen weiterentwickelt, aber der Anfang, also die Muskelkater sind echt hart und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, also wenn die Schmerzen so groß sind, und dass auch zum Teil wirklich die Seelen überlastet sind, da muss man wirklich aufpassen, also ab einem gewissen Trainingslevel ist es super gut, aber gerade im Einstieg echt Vorsicht, also da kann es einen ganz schön auch beuteln nach so einer Übung, wo man nicht aufpasst. Ja. Du hast ja bei uns auch für den X auch schon mal einen Workshop gegeben zu dem Thema, wie kann ich jetzt eine Idee in ein valides Business transformieren. Ja, genau. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, weil ich bin mir sicher, viele Hörer haben schon lange eine coole Idee und sind auch voll davon überzeugt, dass das was sein könnte und was geben kann, aber wissen nicht, wie man da starten soll. Ja, also es ist ja im Grunde das, was wir auch seit vier Jahren beim Idea Camp machen, dieses Thema, erstmal wie finde ich, also als erstes die Frage, was ist das für eine Idee, passt die Idee zu mir, das ist ein ganz wichtiges Thema, also bevor man anfängt mit, ich habe hier eine Idee, will die umsetzen, würde ich immer erstmal jedem raten, sich zu überlegen, brenne ich wirklich für die Idee, weil Fakt ist, bei jeder Geschäftsidee, die man umsetzt, gibt es irgendwann auch Hürden und die bekomme ich nur oder an den kann ich nur dann auch wirklich fokussiert weiterarbeiten, wenn ich eine Vision habe und zwar am besten, dass diese Idee nicht nur einigermaßen spannend ist, sondern mich wirklich persönlich packt, sagt, okay, da ist auch eine persönliche Vision, die ich damit einfach erreichen will und dann, wenn man startet und sagt, man hat eine Idee, ist der erste Schritt immer zu sagen, okay, wie komme ich jetzt eigentlich von der Idee zum Geschäftsmodell und da gibt es immer so drei Dinge, die man ablocken sollte, das eine ist, was ist eigentlich das Problem oder der Wunsch, der hinter dieser Idee steckt, es ist ganz wichtig zu wissen, okay, wer, was steckt da für ein Problem oder ein Wunsch dahinter und von wem, also wer ist die Zielgruppe, die ich hier anspreche und wenn jemand sagt, alle, sage ich immer, nein, alle, es bringt dir gar nichts, sondern das ist einfach eine ganz spezifische Zielgruppe und dann überlegen, was ist der Wunsch oder das Problem von dieser Zielgruppe und dann, wie schafft diese Idee, ich habe eine Lösung, weil ganz häufig kommt man so, was einem auch, also was auch ganz häufig passiert, ist der folgende Fall, man hat irgendeine Idee, man sagt, oh, das wäre doch cool, wenn es das gäbe und wenn man dann aber nochmal überlegt, okay, warum, also was ist das Problem oder was ist der Wunsch, der brennende Wunsch, der dahinter steht, dann gibt es einige Ideen, die Scheitern an der Stelle. Oder welches Problem löst die Idee? Genau, welches Problem habe ich damit gelöst und wenn ich darauf keine Antwort habe, dann sollte ich nicht weitermachen, dann sollte ich mir erst überlegen, für wen löse ich welches Problem oder wessen Wunsch erfülle ich mit dieser Lösung und wenn ich da bin, dann kann ich weitermachen, weil erst dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich hier jemanden, der einen Wunsch, ein Problem hat und ich habe hier eine Lösung, dann kann ich mir überlegen, wer zahlt denn dafür, also wo ist die Monetarisierung, wie kann ich jetzt aus der Idee ein Geschäftsmodell machen, ein Geschäftsmodell heißt ja immer, da ist auch ein Wertefluss dabei. Also so definiere ich zumindest das Thema Geschäftsmodell, weil letztendlich muss ja auch irgendwo eine Finanzierung, eine Querfinanzierung stattfinden und dann ist eben die Frage, gut, hast du da eine Idee, für wen wird der Nutzen generiert? Wichtig ist auch zu überlegen, wer zahlt, ist es auch derjenige, der Nutzen bekommt? Beispiel, wenn jemand jetzt Produkt für Kinder auf den Markt bringt, neue App für Kinder beispielsweise, sind diejenigen, die es nutzen, die Kids, aber die, die zahlen, sind die Eltern. Ab und bis zum gewissen Alter. Deshalb ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, welche Zielgruppe muss ich jetzt hier ansprechen? Wie positioniere ich mich? Und dann geht es eben weiter, dass ich jetzt nicht anfange, mich hinzusetzen und einen riesigen Businessplan zu schreiben, sondern der nächste Schritt ist, zu überlegen, wie kann ich jetzt ganz schnell und ganz klein erstes Feedback von meinen Nutzern, von meinen Kunden bekommen? Wie kann ich jetzt einen schnellen, ersten kleinen Markttest machen? Und das kann sein, indem ich eine kleine, simple Webseite online stelle und die streue, aber es muss nicht immer eine Webseite sein. Und es kann auch einfach sein, dass ich sage, ich spreche mit zehn Leuten aus meiner Zielgruppe, berühre mir Feedback und biete es denen ganz konkret an. Und wenn die sagen ja, dann weiß ich, okay, ich gehe in die richtige Richtung. Vielleicht sagen die aber auch, hey, das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist das folgende. Und dann verändert sich ganz am Anfang meine Idee. Das heißt, anstatt lange zu basteln, einfach so schnell es geht, mit der Zielgruppe Kontakt aufnehmen. Beispiel, als ich mit Sunny Office gestartet bin, habe ich auch mit einer ganz, ganz simplen, banalen Webseite angefangen. Habe sie nur in meinem eigenen Netzwerk gestreut. Über ein Baukastensystem? Bitte? Hast du die Webseite dann simpel mit einem Baukasten erstellt? Ich habe die damals mit einem, mit WordPress erstellt, mit einem ganz simplen Theme. Also wirklich nur so ein Standard Theme. Aber sonst, wenn Leute jetzt Webseiten bauen wollen, gibt es ja auch so etwas wie Jimdo oder Weebly beispielsweise. Also Baukastensysteme, die noch wesentlich einfacher sind. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Vorkenntnisse, deshalb habe ich WordPress damals genommen und habe dann einfach mit den ersten zehn Leuten, die sich bei mir eingetragen haben, ich habe damals eine simple Seite gemacht mit einem Aufruf und gesagt, tragt euch hier ein, dann bekommt ihr weitere Informationen. Und mit den ersten Leuten, die sich angemeldet haben, habe ich telefoniert und wirklich ganz genau herausgefunden, was wollen die haben. Und das war ein richtig, sehr, sehr wichtiger Input und hat auch nochmal die Art und Weise, wie es dann in der Office ausgestaltet war, auch mal wirklich gedreht. Also im kompletten Pivot gemacht. Ja. Und dementsprechend auch für jeden, also ganz schnell definieren, Zielgruppe, Problem oder Wunsch, Lösung, wie verdiene ich damit Geld und dann überlegen, wie kann ich schnellstmöglich mit der Zielgruppe Kontakt aufnehmen. Entweder über spezifische Facebook-Gruppen, Foren, direkter Kontakt, über AdWords eventuell, eine kleine AdWords-Kampagne, schalten auf eine Seite und dann testen, kommt da was zurück. Wenn nicht, schnell iterieren. Und Iteration heißt, dann entweder es ist nicht das Problem, was ich löse, meine Lösung passt noch nicht oder vielleicht eine falsche Zielgruppe. Das können dann möglich, also das sind drei mögliche Variablen, die ich dann verändern kann. Und das Wichtigste ist anfangen. Also das ist so die wichtigste Botschaft für jeden, der eine Idee im Kopf hat, den ersten Schritt gehen, die von der Idee erzählen, also sobald ich von der Idee erzähle, kommen wieder Hinweise, Feedback, nützliche Kooperationsmöglichkeiten, da kommen, tun sich Türen auf. Wenn die Idee im Kopf bleibt, passiert nichts. Also ist der Einwahrt Quatsch, ich möchte nicht darüber reden, weil sonst baut das ja jemand anderes. Das ist der, also das lasse ich fast nie, also so gut wie nie gelten. Das lasse ich gelten, wenn jemand sagt, ich habe hier was, was ich patentieren lassen möchte, weil dann bist du nach dem deutschen Recht, darf es nicht veröffentlicht sein. Ich habe bisher noch nie erlebt, auch nicht im Idea-Camp, dass irgendwo jemand eine Idee nachgebaut hat. Das habe ich noch nicht erlebt. Und der Wert, den man als Feedback bekommt, ist einfach so groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, ist noch viel größer, wenn man nicht darüber spricht, weil man auch gar nicht rausfindet, was gebraucht wird. Absolut. Ich wirklich jedem empfehle, darüber zu sprechen. Ja, und zumal, es ist ja auch meistens so, dass wenn jemand die Idee auch gut findet und es sogar versucht, irgendwie nachzumachen, ist es nicht seine Idee. Und er wird wahrscheinlich, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, nicht so sehr dafür brennen, wie du selber. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil der wird dann bei der ersten Wand scheitern. Ich habe irgendwann mal so ein Zitat gelesen, das hat mich, das heilt sehr nahe in meinem Kopf, weil das heißt, jede Wand, auf die du zuläufst, ist einfach nur dazu da, um die, die es weniger wollen, als du abzuhängen. Das heißt, derjenige, der es am meisten will und dran bleibt, der schafft es am Schluss. Und diejenigen, die es einfach nur nachbauen und denken, oh cool, das mache ich jetzt auch, cooles Geschäftsmodell, die kommen an die erste Wand, dann hören sie auf, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Absolut. Wie ist das dann bei dir gewesen, als du die erste Idee zu Sunny Office hattest? Du hast gesagt, du hast Telefongespräche mit den Leuten geführt, hast eine einfache Landingpage aufgesetzt. Wie waren dann die Next Steps? Genau, also nachdem ich dann die ersten Gespräche geführt habe, war dann klar, okay, das Thema scheint interessant zu sein. Zu dem Zeitpunkt gab es sowas noch nicht in Deutschland. Ich kannte zu dem Zeitpunkt auch noch keine anderen Initiativen, die sowas machen, Coworking, Cowliving. Und habe dann eben gesagt, okay, ich habe jetzt hier die ersten, die es interessant finden, also setze ich ein erstes Event an. Also ganz simpel, ich habe mir gesagt, gut, es gibt jetzt ein Datum. Das war dann damals im April 2013, da gab es dann das erste Sunny Office Event, das ich offiziell als Datum eingestellt habe. Da habe ich gesagt, okay, für das Event kann man sich ab jetzt anmelden oder kann sich bewerben. Und ich bin dann auch nicht den Weg gegangen und habe erst mal alle Details mir ausgedacht. Das heißt, ich habe grob gecheckt, was brauche ich für ein Budget für so eine Location, was muss man noch so außenrum an Materialkosten etc. rechnen. Ich wollte einfach nur, dass es kostendeckend ist, dass es irgendwie hinkommt und dass ich einfach das Modell validieren kann. Das war mein Ziel für das erste Mal. Also ich habe eine grobe, grobe Kalkulation gemacht, habe mir dann gesagt, okay, wenn jeder einen Teilnehmerbetrag von X zahlt, dann kommen wir hin, dann können wir insgesamt die Kosten decken und habe das einfach ausgeschrieben. Dann habe ich zwischendurch schon gar nicht mehr daran geglaubt. Also dann bin ich an meine erste Mauer gelaufen sozusagen, habe das irgendwie so ein bisschen, habe mich gar nicht mehr so richtig getraut, so richtig darüber zu sprechen und auf einmal standen bei einem Ideacamp-Event standen dann zwei der Teilnehmer vor mir und sagten zu mir, Katja, wir wollen da mit, wie sieht es denn jetzt aus, was ist denn der Termin? Und ich bin denen bis heute so dankbar, dass wir das gemacht haben, vielleicht hätte es es sonst nie gegeben. Also die waren wirklich mein persönlich vor mir stehender Haarstritt, um mir zu sagen, so jetzt fängst du an. Ja, auch so das Proof of Concept, da ist jemand, der will das kaufen, der will dein Produkt. Ich dachte so, krass, die wollen da mit. Dann waren auch die ersten Teilnehmer, war Netzwerk und erweitertes Netzwerk. Also die Leute kannten mich entweder schon von irgendwo her oder kannten jemanden, der mich kannte. Das ist eh so, also die ersten Kunden ist immer auch völlig okay und völlig gut, wenn man das eigentlich Netzwerk nutzt. Das ist so das wichtigste Asset, das man einfach hat heute, ein gutes, persönliches und authentisches Netzwerk, wo man auch einfach das Feedback bekommen kann. Und so hat es angefangen. Und das heißt, der Weg war dann eben nicht, typisch Bootstrapping wieder, ich habe nicht angefangen, mir sämtliche kleinsten Details auszudenken, sondern ich habe gesagt, gut, ich habe hier eine Location, ich habe ein gruppes Programm und weiß, was die Kosten sind und jetzt go. Und dann hatte ich genug Teilnehmer zusammen, habe dann einen Termin bestätigt und dann alles im Detail geklärt. Und dann kam übrigens die zweite Wand. Das wissen, weiß nur ein Teil der Leute, die Sunny Office kennt, das habe ich ab und zu schon erzählt, aber das haben wir nicht alle mitbekommen. Ich hatte ja eine richtige Wand beim ersten Event. Ich habe nämlich über eine große, damals hatte ich noch nicht so viel Erfahrung damit, wo man jetzt gute Locations herbekommt. Und bin dann über so eine große Buchungsplattform gegangen, also einer der größten Anbieter im deutschen Markt. Ja. Cool, vertrauenswürdig, alles prima. Tausend Siegel noch drauf. Genau. Und habe darüber gebucht, habe sogar mit der Vermieterin telefoniert, mir Detailisten, welche auch schon die Küche hat senden lassen. Also habe echt ein gutes Gefühl gehabt. Und dann bin ich da hingekommen, war ein bisschen vor meiner Teilnehmergruppe da und dann stand ich vor dem Haus und dann war da keiner. Ich dachte mir, okay, vielleicht haben wir irgendwie uns zeitlich verpasst. Am nächsten Tag wiedergekommen und habe dann eben rausgefunden, dass die Vermieter anders heißen als die Dame, mit der ich geschrieben hatte. Was? Und das war echt ein krasser Moment, weil ich dann da schon dachte, shit, ich habe hier ein Haus gebucht, ich habe den Betrag zum großen Teil schon überwiesen und jetzt habe ich keine Location. Und dann war es dann so, schlucken, okay, alles abschütteln. Bin ich dann in McDonalds gegangen, da gab es WLAN damals, direkt am Strand und habe dann da über ein paar Stunden mit einem Freund gemeinsam recherchiert und angerufen und am Ende des Nachmittags hatten wir eine neue Location. Boah, der war so, ey. Ja, ein geiles, zum Glück eben, es war noch nicht Hauptsaison, es war Nebensaison, es war April. Super geile Villa direkt am Meer mit Pool, also es war, es war besser als das davor, aber es war, ein bisschen Glück gehört dazu, aber es war vor allem dieses, okay, ich kann mich jetzt ja nicht unterkriegen lassen. und das war dann, danach war so das Gefühl, okay, komme was wolle, wird schon irgendwie, kriegen wir schon alles hin. Krass, ey, was für ein Adrenalinkick, oder? Das war ein krasser Tag, ja. So, wenn ihr dann realisiert, wenn du dann selber realisierst und dann bewusst wirst du so, fuck, du bist in so einen Internetscan reingefallen oder irgendwas läuft hier total schief. Ja, auf jeden Fall. Wo ist die versteckte Kamera? Scheiße, hier ist ja gar keine Kamera. Ja, das war echt krass. Und dann, aber das war, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, das hat mich nur gestärkt, also es hat nur noch mal mir selber gezeigt, dass ich das wirklich will, dass es eine Art von Gemeinschaft ist, die ich da bauen will, eine Art von Format, die zu dem Zeitpunkt einfach das Perfekte, also die perfekte Arbeitsumgebung war, so wie ich sie mir vorgestellt hätte. Und da führte keinen Weg dran vorbei. Ich habe dann natürlich beim ersten Event einen kleinen Verlust gemacht, aber so what? Also irgendwelche, also diese Hüte, Du hast eine Erfahrung, mega ja an Erfahrung und gerade an dieser Situation bist du ja jetzt so gewachsen, dass du dann gedacht hast, so ey, was dann noch kommt, irgendwas, dass einer, keine Ahnung, andere Herausforderungen, die dann so im Event entstehen, sagst du, weißt du, das ist ja eigentlich Pille-Palle gegen das, was da vor ein paar Tagen passiert ist. Und dementsprechend war das dann, ich habe dann auf den Teilnehmern den Tag bevor sie gekommen sind, eine Mail geschrieben und denen die Geschichte erzählt. Da kamen Rückfragen wie, war das jetzt ein April-Scherz? Und da habe ich so gesagt, nee, das ist wirklich passiert. Aber alle waren happy und also war da nichts Schlimmes. Alles ist alles gut gelaufen. Aber mit so Sachen muss man halt auch umgehen wissen und mit denen kann man halt dann gut umgehen, wenn man einfach weiß, warum man das macht. Hätte ich keine Passion gehabt in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, für das Format, für die Leute, die kommen, geil, für die Gruppe, für den Leuten, das ist ein geiles Event verschaffen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Aber so ging es halt einfach weiter. Ja, aber das kenne ich auch von mir persönlich. Wenn da mal was richtig Krasses passiert oder dich irgendjemand anderes irgendwie doof kommt oder dich unter Druck setzt oder irgendwas los ist, dann bin ich nur noch motivierter. Wie so ein angeschossenes Tier oder so, brennt man dann noch mehr für die Sache und zieht das dann knallhart durch. Und manchmal ist das auch ganz cool, so kleine Trigger zu haben. Oder ich meine, es geht ja nie immer nur aufwärts. Wir haben ja auch mega viele Rückschläge gehabt. Da kann ich irgendwann mal länger drüber reden, was alles schiefgelaufen ist bei uns. Weil die Leute sehen uns jetzt nur irgendwie in der Wirtschaftswoche oder im süddeutschen Magazin und denken, hier iTunes funktioniert auch alles von 0 auf 1 in die Charts. Aber wie viel Scheiße da im Hintergrund passiert und wie viele Fehler wir gemacht haben, aber wie viel wir davon auch gelernt haben, das sieht irgendwie keiner. Oder wie viele Stunden wir hier auch wirklich produktiv sitzen und arbeiten und machen und tun und wie viele Leute ich auf den Sack gegangen bin für iTunes-Bewertungen und für die ersten Facebook-Fans für unsere Projekte, wo du auch da schon sagst, das persönliches Netzwerk oder so. Mein Bruder genervt, meine Mutter genervt, die Eltern von Feli. Ich habe dem Vater da auf dem Rechner alles installiert, damit er uns dann die Likes geben kann. Und nur so läuft das aber auch. Und das muss man sich immer wieder auch bewusst machen, wenn man dann sieht, jemand ist schon sehr weit, der hat auch mal irgendwann bei Null angefangen. Ja, und das Durchhaltevermögen zählt halt. Das kontinuierliche dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist das, was nachher auch Erfolg hat. Ja, absolut. Und einen zweiten Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch super wichtig finde, ist, sprich mit deiner Zielgruppe. Ja, total. Das haben wir zum Glück dann auch ziemlich früh gemacht. Und immer, wenn wir nicht wussten, machen wir jetzt Workshops zur DNx oder nehmen wir keine Workshops. Die einen fanden das Format besser, die anderen fanden das cooler. Da haben wir gesagt, weißt du was, wir machen jetzt eine fette Umfrage, jeder kann teilnehmen. Am besten noch offene Fragen, so die Leute, die fühlen sich dann abgeholt, die brainstormen gerne mit dir, wenn die dich mögen, wenn die dein Produkt oder deine Marke mögen. Und das ist so wertvoll, weil die sich dann auch quasi mega abgeholt und involviert fühlen in diesen Entstehungsprozess von irgendeinem Produkt oder von irgendeiner Sache. Und wenn du das dann live gehen lässt und fragst, wie viel wäre dir im Workshop wert? Drei Stunden. Und hast dann irgendwann auch einen Preispunkt, genau zu dem Preis, wo die meisten dann auch kaufen würden. Dann kaufen die auch. Oder wie ein anderes Beispiel, Feli schreibt gerade an ihrem E-Book und hat dann ihre Fans von Trevelicia gefragt, über welches Thema sie schreiben soll. Und letztendlich ist ein ganz anderes Thema geworden als das, was wir beide erwartet hatten. Ja, aber so macht es Sinn. Das ist auch die Richtung, wo es gerade über dir Camping geht. Also da gibt es schon einen Online-Kurs. Da geht es die nächsten Tage auch nochmal live, weil bisher machen das ist nur eine ganz kleine Community, die das nutzt. und der wird auch genauso weiterentwickelt. Also einfach, wir werden einfach Feedback einholen, welche Punkte fehlen noch, wozu braucht ihr detaillierte Tutorials, wozu braucht ihr Informationen und werden einfach nach und nach die Inhalte ergänzen, bis dann wirklich das Ding alles enthält, was ein Gründer braucht, um zu starten. Und das ist einfach so ein wichtiger Ansatz. Ich könnte mir jetzt auch einen riesigen Content-Plan machen. Ich habe auch eine Liste von mindestens 30 Punkten im Kopf, die ich ergänzen will. Aber um zu wissen, welche davon sind am wichtigsten, muss ich einfach die, die heute den Online-Kurs machen oder die jetzt noch neu dazukommen, einfach fragen. Und das lässt sich halt auch einfach nach und nach richtig gut ergänzen. Und das ist so, glaube ich, auch der einzige Weg, um auch nicht daran vorbeizuschrauben. Also du kannst natürlich auch jetzt ein perfektes oder eine perfekte Konferenz überlegen, wie ihr es jetzt macht. Aber ob das dann denjenigen, der teilnimmt, auch wirklich nutzt und ob das die wichtigsten Inhalte umfasst, weißt du halt nur, wenn du fragst. Und daher ist es genau richtig, da vorher einfach mal auch die Chance zu geben, mitzuwirken. Das ist ja genau dein Punkt. Löst du damit ein Problem für andere? Ich denke ja nicht, dass ich jetzt die coolste Konferenz ever in meinem Kopf, wie sie in meinem Kopf ist, irgendwie auf die Beine stelle, sondern genau das mache, was den meisten Leuten hilft. Ja. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Cool. Ich sehe gerade, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde miteinander gesprochen, die Zeit vergeht wie im Flug. Auch, ist ja auch immer so, wenn wir uns in Berlin sehen, das ist ja auch genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe, im Loft, wenn du da so die Leute dann triffst, die dich dann inspirieren und mit denen du dann auf dem gleichen Level bist und wieder was mitnehmen kannst. Dann ist das so wertvoll, finde ich. Und dann sollte man sich auch jede Minute dafür nehmen und genau wie du dann vorher auch schon gesagt hast, dieses Netzwerk und dass du das dann ziemlich intensiv machst, weil du wahrscheinlich auch genau weißt, was für einen Wert das für dich hat, um dann sich wieder einzuschließen und weiter an seinen Projekten zu machen. Genau. Also kann ich jedem nur empfehlen, ich musste da am Anfang auch so ein bisschen aus mir selber rauskommen. Entweder man plant es dann so bewusst wie du, dass man sich so Phasen macht und sagt so, jetzt mache ich mal zwei, drei Wochen wieder Hardcore-Netzwerken. Das machen wir meistens in Berlin, weil wir nicht mehr so oft in Berlin sind. Gehen wir dann auch auf viele Events oder treffen uns mit anderen zum Coworken oder versuchen irgendwo Talks zu halten, versuchen ins Gespräch zu kommen, sprechen andere Leute an, von denen wir wissen, dass sie in Berlin sind, ob wir uns hier noch treffen wollen. Also man muss da schon ganz schön aus sich rausgehen. Aber die aller coolsten Connections, auch gerade jetzt, was die DMX angeht, die richtig guten, coolen Speaker, die haben wir dann alle immer irgendwie durch Zufall, durch persönliche Begegnungen auf den Events kennengelernt. Ja, das sind auch so einfach tolle, beispielsweise auch Kontakte oder Menschen, mit denen ich jetzt auch zum Beispiel Sunny Officer in anderen Projekten gemeinsam arbeite, die ergeben sich durch persönliche Kontakte oder weil sie davon hören. Also das ist wirklich so, sobald man rausgeht, findet man auch Menschen, die einen unterstützen wollen, die mit einem zusammenarbeiten möchten, wo man einfach merkt, dem kann ich weiterhelfen. Das ist ein sehr schöner Effekt. Und ich glaube, es ist auch, was mich jetzt auch gemerkt hat, seit wir hier im Bayerischen sind, es muss nicht aufhören, nur weil man nicht in der Großstadt ist. Also auch hier gehen wir bewusst auf Netzwerktreffen, tauschen uns auch mit lokalen Unternehmern aus, gerade im ländlichen Raum. Hier gibt es so viele coole, gewachsene Familienunternehmen, junge Leute, die irgendwie Betriebe übernehmen, die gerade neue Wege gehen. Hier gibt es richtig gute Leute. Worüber findet ihr die Meetups dann? Gerade wenn ihr ein bisschen weiter weg seid. Also beispielsweise gibt es sowas wie die Wirtschaftsjunioren, es gibt so lokale Vereinigungen, es gibt ab und zu mal IHK-Veranstaltungen, die, hätte ich nicht gedacht, auch ab und zu mal wirklich interessante Sachen dabei sind. Es gibt so Dinge wie Familienunternehmer treffen. Also wenn man einfach mal offen durch die Gegend geht oder sich auch einfach mal schaut, was für Unternehmen sind ansässig, wer tickt denn ähnlich und sich einfach mal mit denen austauscht und zum Mittagessen trifft, dann ergeben sich auch ganz coole Verbindungen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier gegenüber ist ein Blogger, der wohnt hier schräg gegenüber. Der hat mittlerweile einen Blog mit mit mehr als 150.000 Usern pro Monat. Der hat es nebenher gestartet und das sind Leute, die erwartest du hier nicht in der Kleinstadt, aber die gibt es hier halt auch. Man muss halt die offen, die Augen aufhalten und die Ohren aufmachen, dann trifft man halt auch irgendwie, weil wenn man nicht in Berlin ist, auch echt spannende Leute. Ja, und die Möglichkeiten werden ja immer besser. Also das merken wir beispielsweise auch, wenn wir unterwegs sind, sind wir früher auch bewusst, wenn wir dann netzwerken wollten, in so Hotspots gegangen wie Medellin oder Bangkok, aber mittlerweile haben wir beispielsweise jetzt einen richtig, der mittlerweile ein guter Freund ist, einen richtig guten Kontakt in London kennengelernt, den Jonathan, der aus der Londoner Startup-Zene kommt, den haben wir in Taganga in einem kleinen Fischerdorf in Kolumbien kennengelernt mit Hilfe von dem Hashtag-Nomad-Stack-Kanal von Peter Labels. Also die Zeiten werden auch immer besser, dass man sich überall treffen kann und überall spannende Menschen befindet. Absolut. Ganz zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du machen, wenn du eine Million Euro auf dem Konto hättest? Wie würde dann dein Leben aussehen? Ziemlich ähnlich, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich würde mich mit vielen spannenden Menschen treffen, würde versuchen, ganz viel Wissen weiterzugeben. Also das ist für mich ein toller Tag. Ein toller Tag ist für mich dann, wenn ich das Gefühl habe, cool, heute habe ich jemandem irgendwie weitergeholfen oder heute hat jemand durch irgendeinen Impuls es geschafft, seine eigene Idee umzusetzen, sich selbst zu verwirklichen. Das ist ein richtig cooler Tag für mich. Das heißt, ich würde meine Zeit dann natürlich darauf verwenden, mit vielen spannenden Menschen zu sprechen, das Wissen einfach versuchen, aufzubereiten, weiterzugeben und vielleicht noch ein bisschen mehr rumreisen. Ich glaube, ich würde mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, bewusste Zeit nehmen, um nur reine Reisezeit zu haben, also nicht dieses typische Reise- und Arbeiten, wie wir es alle machen, sondern mal wirklich Abschaltzeit. Und ich würde einfach auch schauen, welche Projekte kann ich auch einfach mit unterstützen. Also was ich heute zum Beispiel noch nicht mache, ist bewusst auch irgendwo Pre-Seat-Unterstützung geben, jetzt für neue Projekte, auch wenn ich immer wieder irgendwo spende, aber würde ich das gerne dann auch, kann man das einfach im größeren Stil dann machen. Ja, also noch bewusster und dann auch persönlich. Ja, aber von den Themengebieten würde sich jetzt gar nicht so viel verändern, was mich sehr glücklich macht. Also ich bin gerade in vielen Dingen noch auch in der, fühle ich mich immer noch so auch echt so in der Aufbauphase, also ich bin noch nicht da angekommen, wo ich, wo die hochgesteckten Ziele sind, aber das ist völlig in Ordnung, weil sich viele Sachen ständig wieder verändern, Neues dazukommt und das ist ein sehr, sehr schöner Weg. Ich glaube, ich würde einfach viele Dinge, wie du sagst, noch ein Stück bewusster angehen und noch selektiver vielleicht tun. Aber so Erfolg ist für mich auch wirklich so diese Frage, lerne ich, also ein erfolgreicher Tag ist, wenn ich was Neues lerne, wenn ich, also ich habe jemandem weitergeholfen und wenn ich weiß, ich habe frei entschieden, was ich tue, so und das würde ich einfach beibehalten wollen. Cool. Spricht ja auch alles dafür, dass es so bei euch weitergehen kann und weitergeht, ne? Ja. Perfekt. Ja, Katja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und für die richtig guten Insights, Tipps, die du uns hier auf dem Podcast gegeben hast. Ich freue mich schon, wenn wir uns in Berlin wiedersehen. Wann kommst du? Ende Juli, also ich bin so 27. und 28. Juli wieder in Berlin. Ja. Ich würde für der GlobalDNX und werde dann noch ein paar Tage bleiben. Da sehen wir uns dann bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Also, vielen Gruß nach Bayern. Schönen Gruß nach Bayern. Vielen Dank. Grüße nach Berlin. Und bis bald, Katja. Und danke für deine Zeit. Bis dann. Ciao. Danke, auch Markus. Tschüss.